Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Matchmaking, wieder auf Mirage! So, schauen wir mal ob es heute was wird. Besser wie gestern vielleicht, oder halt letztes mal für euch, für mich war es gestern. Ich habe einen Hatschup. Immer noch einer Kitschen. Okay, das fängt ja echt super an. Was zum Teufel macht Gelb denn da? Wo eiert er rum? Bombe schon lange geplantet auf B und er eiert irgendwo in der Mitte rum. Drei Zeit, hier los. Close there. Naja, immerhin, ja letztes mal mal auch gewonnen. Äh, also halt die ersten 10 Runden gewonnen und dann alles noch verloren. Und ob ich es dieses mal wieder zusammen cutte, wie das letzte weiß ich nicht, weil das war echt eine Heidenarbeit. Mal schauen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns konzentrieren, dass irgendwas reingeht hier. einmal war es zu sagen. Zero. D 보시면 zwei reingehen, das haben wirklich erstmal drei Jinchen, den Weg zu nehmen und dann gehen einfach nach vorne. Oh Gott. Euss NEXT! Der Weg zu der genre für Koer habe ich noch mehr Either auf dem Tre graviertel. Dumm. Und er nutzt ihn einfach mit der Nade weg. Geht. 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 ja komm, wir gehen nach B so, immerhin schon 3-0, aber das heißt ja nichts das hatten wir gestern letztes Mal auch und haben natürlich trotzdem noch knallhart verloren hier Geld meint auch, er wäre irgendwie was besseres, habe ich so das Gefühl, ob er bis jetzt noch nicht drauf gegangen ist ich habe ihn einfach nicht gesehen ich liebe Deutschland erst mal muten ja, hab sie jetzt erstmal beide gemutet, gehen wir Täter, schaffen sie ich sage schon wieder als ob da guckt man einmal nicht hin das lag schüttelt blit Wohne es klauen wie. Ja, das wird wieder, die anderen müssen carryen, weil ich nichts drauf habe, so einfach ist das, aber damit kann ich voll und ganz leben. Komm an der Pistole, du bist nicht schneller, ich kann nur Max mal, Blende für den Short, Blende für Short. Das war aber alles andere als für Short geblendet. Ja, und wer den Zick durchgegangen hätte, der nicht gekriegt. Ja, ich merke schon, du hörst nicht zu. Klar soll man seine Finger wirst ich behalten. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich hab gewusst. Ich hab's gehört, ich soll chillen. Ja, ich hab's gehört. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, du bist. Ich hab's gehört. wie kann da unten jemand stehen direkt unter apps stand einer aber ich muss sagen ich habe nicht gedacht ja das habe ich zwar schon auch vermutet aber die ne ist schon raus gesprungen deswegen dachte ich okay und spot ist keiner da ist die bombe wo ist die bombe der bombe liegt schon aus dem fenster da ich check market market kommt einer scout hat gefressen Sehr schön, Hannah hat das gemacht. Und ich hab meinen zweiten Kill, yay, ich bin so schlecht. Die Reihe hier heißt nicht umsonst, let's fail. Jetzt hab ich einen fucking Taser gekauft, kaum zu fassen. Oh, B, B, B. Eine Sekunde später, ich war fertig mit Plänten. Ärgerlich. Ich bin ein, ich bin ein. Ohne Spie. Woher? Connector. Jungle. Natürlich ist der Molotow jetzt noch abgeprallt. Ärgerlich. Jetzt gehe ich auch noch drauf wegen der Bombe wahrscheinlich. Glück gehabt. Ich wollte den Molly hin. Natürlich ist er abgeprallt an der Wand. Ich dachte, ich weiß. Nie mache ich den Monat. Ich weiß. Ich habe die Scheiße, dass das so mehr müssen. Jupp und er hat nur 30 gefressen. Zwischen Onspot und Bench. Die Runde haben wir wieder ein bisschen verschenkt, liebe Leute, aber da es 9-1 steht und ich dazu ganze 4 Kills beigetragen habe, bin ich zufrieden. Wobei ich nichts sagen möchte, das hat letztes Mal, habt ihr es ja gesehen, wie viel stand es? Ich glaube 13-2 oder so und wir haben verloren, also Comeback ist immer real, deswegen niemals den Tag vorm Abend loben, aber ein bisschen sicher sein darf man sich denke ich mal schon. Wir sollten nur einfach nicht zu übermütig werden, weil solche verschenkten Runden wie jetzt sind halt nichts. Darauf erst mal ein Kiki. Und er wird jetzt eh kurz vor Zeitablauf sterben, also war das Safen sowieso umsonst, weil das ist immer so. Immerhin, er hat noch einen mitgenommen. Übrigens bestes Graffiti in ganz CS. Was ist das? Was ist das? Die Neid war voll für den Arsch Ich hab für Schock geplantet Top? Ja für Schock Pft, 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 Pft Pft, 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 Pft Last one Pft Terrorists win I don't know how to run Bruce But it's the meat versus them They suck Just run out Ich hoffe die Matchmakings gefallen euch. Wenn ja, würde ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst auch gerne einen Kommentar da, da habe ich auch nichts dagegen. Abo, wenn ihr natürlich wollt, müsst ihr aber nicht bei euch überlassen. Mich würde es freuen. Ja, behind einer. Ja, war klar, dass er mich kriegt. Ich höre ihn, gucke nach und mich kriegt der weg. Und schon ist er nur noch alleine. Was war denn das schon wieder für eine Kackrunde? So, jetzt müssen wir ihm wieder eine Minute 10 zuschauen, wie er die Abo saved. Und ich werde sicher vergessen, das rauszuschneiden, weil ich glaube ich gar keinen Bock habe, das Video zu schneiden. Also, ihr könnt ja Fast Forward machen oder einfach eine Minute vorschulen. Viel verpassen werdet ihr nicht. Außer, dass er vielleicht noch einen mitnimmt. Ja, ne. Lass mal nach Abo. Gibt mal eine Abo. Okay. Hey, das gibt's doch nicht. On Stairs. Na, hat doch die ganze Zeit da hoch geguckt. Was macht Purple da? Warum holt er den von Stairs nicht weg? Ey, Purple ist so ein Vollidiot. Was war denn das? Keine Ahnung. Was steht da oben in Palace und holt den von Stairs nicht weg? Keine Ahnung. Möglicherweise Stairs der letzte. Dort aimt er zumindest ein bisschen. Gut, push out. Er geht eher wieder zurück. Ah, er ist Stairs der letzte. Stairs Connector. Ja, Stairs. Trotzdem verstehe ich sowas nicht, wie der mich von Stairs holen konnte, wenn er die ganze Zeit da oben raus aimt. Das hat er ja auch noch falsch gekauft. Aber ich weiß nicht, ob das ein Gen-Zauber ist. Na. Ich hab grad schon ein richtig geiles Game. Der ist ja noch on top. Jo, jeder hat mal einen guten Tag. Progopi. Verstehen Sie schon. Ja, ich habe einen MVP gekriegt. Ich wollte ihn eigentlich messern, er hat dann eigentlich gesehen, er läuft Richtung vom Glocken, naja, ok, komm, scheiß drauf. Du kriegst kein nacktes Bild von ihr, hör auf. Alter, Lars. Ich schreibe jetzt nicht unbedingt sein Kühlkisch oder was? Das beste war ja sowieso, ich scroll gestern auf Facebook durch, sehe, neues Profilbild hochgeladen, sitze aber da und denke noch so im ersten Moment, wer zum Teufel ist das, ich kenne den nicht. Ich kann schon A gehen, nein, einer kommt B. Ander fest, jetzt fast am fest. Rot hier A, Rot hier A. Oh Gott. Aha, geboostet, einer, Window. Bombe ist trotzbar von der Klappe. Das war wieder so eine verschenkte Runde, hätten wir eigentlich easy holen können. Eigentlich war zu blöd, um die Nate zu werfen, was die anderen jetzt gemacht haben, kann ich auch nicht sagen. Aber ja. Und so, Hungi ist auch wieder mit am Start. Jetzt holen wir das doch easy. Easy peasy, lemon squeezy. Na ja, USP safe und das ist wichtig. Kriegt man nicht jede Runde. Ist so, vor allem, wenn man so eine geile Art wie ich. Wie du den halt mit ne einfachen Graffiti so rausbaiten kannst, dass sie dich pushen. Teehνεheh honour zu ruhigen, ne ich schimpel mich, hör nicht, lass dich schimpeln beide zu hören. Action 2, Palace einer. Ja, ne? Ich gebe ihm 1 und 1. So, jetzt kommt wieder sein übliches. Ich stehe hier in der Ecke von Palace und hole noch ein Refrag oder 2. Aber das war gestern, also letztes Mal doch genauso. Wir haben auf Terror übelst vorgelegt und auf CT haben wir dann versagt. Ich meine, da war es genauso. Jetzt hoffen wir, dass wir dieses Mal, diese fucking 4 Runden, letztes Mal haben wir 6 gebraucht, jetzt nur noch 4, dass wir die dieses Mal holen, weil ich habe schon wieder keinen Bock auf einen Unentschieden oder einen Loose. Weil meine Skillgruppe ist eh schon für den Arsch mit Silber 5. Ich komme aus diesem Silberpool nicht raus. Gold Nova 1, mehr will ich gar nicht. Das ist so geil. Ich glaube, die mag ich einfach fürgegeben. Meine Taser. Was? Ich habe die mag ich einfach fürgegeben. Dankeschön. Vielleicht schaffe ich es auch, ihn irgendwo durch die Wand zu werfen und dadurch einen Gegner ausfindig zu machen. Oh, das ist hier. Sonst, was steht hier? Ich steht hier. Du warst auf nicht A, du warst T-Ram. Das zählt schon nicht mehr A. Einer ist Tetris irgendwo. Er pusht. Was geht bei denen? Warum pushen die denn? Ja, ich habe zu spät gesehen, dass alle Mitte oder B gehen. Da ist eine Akabine. Jetzt nicht waschen. Also, ich gehe jetzt mit auf A. Er sagt, er ist kein Russe, er ist... Oh Gott. Wird es jetzt etwa B? Als ob er gibt mir sofort Headshot. Er einer ist very low. 3 HP. Ich gebe ihm 97. Ich weiß nicht, was gerade muss. Ich habe keine Kills. Na, du hast 4 Kills mehr wie ich. Das ist keine Kursch. Dankeschön. Ich weiß, dass ich schlecht bin, aber dass du es mir so unter die Nase reibst. Ja, Leute, was macht ihr hier jetzt? 3 gegen 4 und jetzt savent ihr? Oder wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Oh, das sieht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal einer. Ich weiß nicht, ob ich das noch lang. Na, gerade so. Macht es doch noch spannender. Das ist kein Kellenhaus. Fertig. Action ist noch jemand. Palace auch. Palace, action. Bombus Palace. On-Spot. On-Spot ist einer. Come on. CT. Sehr schön. So jetzt einen Sieg werden wir noch holen. So unentschieden haben wir immerhin schon mal. Und jetzt der erste Schritt. Sieht auch einmal schön aus. Hehehehe. Was denn? Was verrückt? Flash oder Smoke oder ne? Die siehts ja auch gut Der eine ist Palace rausgesprungen und ich hab ihn während er springt gehedgehattet Der letzte ist irgendwo Onspot glaub ich wenn da noch nicht draufgegangen ist Doch Biene! Nimm doch die Pistole wenn der gepusht So schnell verliert man ein ähm 3 gegen 1 Oh Glück gehabt Glück gehabt So das war doch viel besser wie letztes mal auch wenn ich wieder mega versagt hab mit 10 Kills Oh nur vorletzter Wenns euch gefallen hat Däumchen nach oben Bis zum nächsten mal Ciao Mal sehen kriegen wir noch einen Drop Na Die sieht gar nicht so hässlich aus aber ist halt doch hässlich im Endeffekt ne Aus der Train Collection Naja in groß sieht sie doch hässlich aus Naja was solls Also wie gesagt bis zum nächsten mal Vielen Dank fürs Einschalten Nichts